Dann hat die Nadine gefragt, wie ist das mit Schmerzen in der Zunge? Ihr müsst das mit psychosomatischen Prozessen folgendermaßen sehen. Es gibt ja im Prinzip psychosomatische Prozesse, sodass eben von unserer Psyche, der mentalen Ebene heraus, ein Übergang auf das somatische, Soma, körperorganisch, übergeht. Das heißt, wir haben eine Geneserichtung von Psyche nach Körper. Und die meisten Prozesse, die wir in einem psychosomatischen Kontext beobachten können, sind relativ simpel erklärbar. Du kriegst durch Stress irgendwann Magenbeschwerden, weil dauerhafter Stress zu einer dauerhaften Stresshormonausschüttung führt. Das führt zu einer dauerhaften Ausschüttung auch von Hormonen, die blutdruckstabilisierend sind. Diese Hormone sorgen auch für eine übermäßige Ausschüttung von Magensäure. Das greift irgendwann die Magenwand an. Und dann bekommst du durch Stress Magenbeschwerden. Und die Verbindung als psychosomatisches Beschwerdebild ist letztlich für den Mediziner eigentlich einfach nur eine Aneinanderreihung, eine Kaskade von Prozessen, sodass wir sagen können, das, was für den Patienten psychosomatisch ist, also ein organischer Befund ohne organische Grundlage, hat schon seine beobachtbaren Zwischenschritte. Und wir dürfen nicht dahin verfallen zu sagen, dass sich psychische Belastungen in bestimmten körperlichen Beschwerdebildern manifestieren, ohne dass wir wüssten, was passiert dazwischen. Also du kriegst nicht Schwindel als Ergebnis, dass du zu oft Befürchtungen an Lila hattest. Ich sage mir jetzt so Lila sinngemäß, wenn du Angst hast, du fällst von einem Kreuzfahrtschiff, kriegst du Schwindel. Aber wenn du Angst hast, du fällst von einem kleinen Segelboot, kriegst du Benommenheit. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit von deinem Symptom jetzt rückzuschließen, welche Art von Befürchtung oder Belastung erlebst du denn eigentlich konkret. Umgekehrt gibt es meines Wissens nach keinen kernpsychosomatischen Prozess, der mit Schmerzen in der Zunge einhergeht. Deine Schmerzen in der Zunge, um dir mal eine erste Einschätzungsrichtung zu geben, liebe Nadine, wird erstmal organisch sein. Verwechsel aber nicht organisch mit einer Krankheitsursache. Das ist irgendwas organisch, was du mitbekommst. Nur, wir gehen nochmal gerade einen Schritt zurück zu der Nachricht von der Moni, wo wir sagen können, wir nehmen Dinge wahr, weil sie in unserer selektiven Wahrnehmung sind. Ich sehe die ganze Zeit den Rahmen meiner Brille, aber jetzt nehme ich ihn gerade erst wieder wahr. Ich sehe das Mikrofon eigentlich die ganze Zeit und mein Gehirn hat es vorher ausgeblendet. Ich merke, wie ich auf diesem Stuhl sitze, aber jetzt gerade, wo ich mich darüber in Kenntnis setze, denke ich erst wieder darüber nach. Und mein Gehirn schafft ja nur 40 Informationen. Und bei dir, liebe Nadine, würden wir im Moment sagen, ist in deinen 40 Informationen pro Sekunde ein sehr starker, durch Quantität, Trainingsstand auf die Wahrnehmung von Schmerzen an deiner Zunge. Vielleicht nutzt du die ganze Zeit eine Zahnpaste, die du nicht verträgst. Vielleicht trinkst du die ganze Zeit zu viel Kaffee, der so ein pelziges Gefühl im Mund macht. Dann bist du die ganze Zeit immer am Mh. Und dann hast du vielleicht eine blöde Stelle am Zahn, wo du dann auch noch die Zunge die ganze Zeit gegendrückst. Und zack, hast du nicht nur Schmerzen an der Zunge, sondern dein Gehirn ist dann auch noch darauf trainiert, diese Schmerzen an der Zunge die ganze Zeit wahrzunehmen und groß zu machen. Auch hier würden wir sagen, das ist ja in der nächsten Nachricht am Anfang von der Nadine noch mit drin. Also da hast du geschrieben, da sind nicht die typischen Symptome, sind wie Herzrasen, Schnindel, Druck auf der Brust und so weiter. Würde ich auch hier sagen, Gedanken umlenken hat bisher nicht geklappt. Da müsst ihr im Verlauf dann genauer werden. Also es ist in Ordnung, dass du das so schreibst. Wunderbar. Nur der nächste Schritt ist, was genau hast du gemacht und was genau hat nicht geklappt. Weil schau mal, wir sind ja häufig unterwegs. Wir müssen immer sagen, die meisten Dinge, die wir machen und die meisten Dinge, die wir denken, die machen nicht wir und denken wir, sondern macht unser Gehirn im Automatikmodus. Und wir verfallen ganz, ganz schnell in einen Applying Proof. Ich würde dir mal empfehlen, mach mal Meditation. Nadine setzt sich zu Hause hin und meditiert und nach der Meditation kontrolliert Nadine, ob das Schmerzen in der Zunge noch da ist und es ist noch da. Natürlich ist es da, weil es eben auch jetzt in dem Moment dann geübterweise wieder Teil deiner 40 Informationen pro Sekunde ist. Nur, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, schon während der Meditation prüfe ich eigentlich in die Zunge rein, ob die Problematik dadurch verschwindet. Und dann sagen wir auch, ich denke irgendwie an den Schmerz in der Zunge. Ich denke jetzt mal an einen Zwerg, der auf einem riesigen Fliegenpilz steht. Danach gehe ich wieder in den Wagen, ich übertreibe jetzt mal, danach übertreibe ich wieder und lasse einfach mein Gehirn machen und merke, nee, mein Problem ist noch da. Okay, das war es jetzt zum Beispiel nicht. Der Rückschluss kommt zu schnell und dieser Applying Proof, den machst nicht du, den macht dein automatisch denkendes Gehirn. Vor drei Wochen habe ich es mal auf einen Kommentar von der Ella erklärt, die geht hin und sagt, sein gesamtes Leben umkrempeln, ich habe jemanden gesehen, hat das gemacht, seine Ängste sind trotzdem geblieben, also war das anscheinend der falsche Arbeitsansatz. Können wir auch sagen, habe ich die Kollegen die Tage bei einer Reanimation beobachtet, der Patient war trotzdem tot, also haben die vielleicht falsch reanimiert. Vielleicht war aber auch das Problem, dass der Kopfmann da hinten war und der Torsemann hier vorne war, weil das war P-Zug oder so. Extrembeispiel. Wenn deine Strategie nicht funktioniert hat, dann hast du vielleicht deine Strategie falsch angewendet, aber noch nicht die falsche Strategie angewendet. Gedanken umlenken bedeutet nicht, versuche deinem Kopf ein Gegenargument zu geben, um dann in die Wartehaltung zu gehen, ob es funktioniert hat. Unseren Kopf interessiert nicht so sehr, wie lange ein Einfluss gedauert hat, sondern viel eher, wie oft ein Einfluss stattgefunden hat, um mit der Zeit dann eben auch in eine Rekonditionierung zu gehen. Vielen Dank.